Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Runde von World of Warcraft. Lang, lang ist es glaube ich her, dass ich Schamane gespielt habe. Heute ist es mal wieder soweit auf Heiler. Und wir gehen jetzt ein bisschen ausmetzen. Ja, ich will nach Stratholme. Okay. Also dadurch, dass wir schon so oft hier waren, habe ich jetzt so einen netten kleinen Bonus. Aber ich warte auch gerne hier. Wobei ich mich gerade frage, was habe ich getan? Oh. 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 Kommen sie zumindest mal. Hey, wo will der Esel hin? Äh, Elch. Ich glaube, wir können schon direkt rein. Ach so, das habe ich gemacht. Mensch. Ich glaube, das hätte ich denen vielleicht mal sagen können. Naja, egal. Passiert. Deswegen waren hier schon die Zombies. Gut, dann wollen wir mal. Vernehmen wir keine weitere Zeit mehr. Ich habe kein Ziel mehr. Ihr seht auch, neues Outfit am Start. Ich dachte mir, was passt zu Wasser? Schamanen. Oder allgemein zu Wasser? Natürlich blau. Deswegen ab sofort läuft dieser im Blau rum. So, grillen wir die mal. Lass mir doch ein paar übrig. Ich finde das gemein. Das bringt auch wieder gut Geld. Ja, jetzt kommen ja schon diese Grabschleicher. Dann lassen wir es eben regnen. Ich bin außer Reichweite. Was willst du von mir? So, Fall erledigt. Schön in den Rücken. Genau wie es sein muss. Das ist zu weit entfernt. Ja, ich komme ja schon ganz ruhig. Das klingt nach dem ersten Boss. Neues Spielzeug. Ja, ich mache das weg. so werde ich denn nicht betäubt ein bisschen heilung habe ich noch ausgeschickt der schild im schlaf so jetzt muss ich aber weg mädels danke für den netten empfang aber ich glaube ich ziehe weiter schöne sache diese ketten blitze normaler blitz tut es natürlich auch das ist zu weit entfernt wo ist denn er schon wieder ich bin außer reichweite und 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 das waren ja keine zombies und 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 warte mal das ist schon wieder in seinem arsenal zu haben wir sollten uns beeilen so wir sind schon längst oben ich weiß ja nicht wo du mal wieder rum eierst mehr ist immer aber ja es sind es sind auch sogar die aber was das macht wie die 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 los weiter das macht immer wieder spaß achtet auf eure deckung sie haben uns in dieser halle umstellt so das hätten wir auch mal garnis macht es uns nicht leicht so und ich wette 100 zu 1 ich krieg irgendwas hier von was ich absolut nicht gebrauchen kann sie sind sehr beharrlich zwar für zwei die handschuhe oder die ja wobei die stiefel könnte ich sogar noch einbauen also ich sag ich krieg entweder den stab den ich nicht will weil ich halt schon eine gute sache habe mit schild und er wird habe ich eigentlich hammer oder ich krieg die handschuhe die mir rein gar nichts bringen oder ich krieg gar nichts was kann er mir noch in den weg legen eine große finsternis hat sich heute eurer seele bemächtigt der tod den ihr über andere bringen für euch was getan werden muss und weder eure worte noch eure taten halten mich auf na dann wegen mein heilendes wasser kommt er doch eh nicht an also von daher alles ok wo wo kam das denn jetzt her warum das ist das verringert mein komplettes tempo gott lauf nicht weg komm her komm her komm her ja komm der schnellste weg zum alganis liegt hinter dem bücherregal da vorne es geht ganz schnell ist das wolf oder wildschwein ist das wolf oder wildschwein ein kleines opfer lasst uns diese stelle so schnell wie möglich passieren falls uns die untoten nicht kriegen das stimmt cool eine ich muss ja 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 Ja. Ich habe kein Ziel. Komm weiter. Hier wird keine Pause gemacht. Immer noch nicht kapiert. Jetzt bewegt dich, Oppus. Ich bin außer Reichweite. Das nenne ich mal Speedrun dadurch. Geht bestimmt noch schneller. Aber dann hat man ja wenigstens noch was, um sich zu verbessern. Wir sollen mir sagen, wenn wir soweit sind. Mir. Wir beenden das hier und jetzt mal, Ghanis. Nur wir beide. Sonst niemand. Hey, pass auf, wo du hinrotst. Mit deinem Ekelatem hast du meinen Char außer Gefecht gesetzt. Das sind ja Manieren. Na, geht doch. Nein, du schießt den Schlaf nicht auf mich. Das ist immer für mich einer rein. Alle haben erst begonnen, junger Prinz. So. Ja, nach Nordend. Da geht es dann weiter. Nein, wir machen nicht weiter. Komm. Bitte, 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 bitte. Also, Loot haben wir heute nicht bekommen. Ich habe mein nächstes neues Outfit einwandern können, einweiden können. Ihr wart dabei. Ich finde, das Blau passt und das bleibt auch definitiv. So lange. Ja, jetzt halt die Klappe, du scheiß Prinz. Ich finde, das bleibt auch noch eine Weile, bis ich was Besseres finde. Und ja, ich sage doch mal, bis zum nächsten Mal.